Also mich schon ein bisschen ärgern, wenn Deutsche sagen, diese Ausländer, wenn die gut integrieren wollen in Deutschland, die müssen sehr gut Deutsch sprechen. Das finde ich ganz falsch. Ganz falsch. Warum brauche ich Deutsch? Bitte sagen, warum? Wenn jeden Tag arbeiten, den ganzen Tag, für was brauche ich Deutsch da? Wir brauchen gute Werkzeuge zum Integrieren, nicht diese billige, die gleich kaputt gehen. Außerdem meine Schaufel, meine Bäschen, meine Hammer, die nichts Deutsch sprechen. Ich kann mit denen nichts reden. Wenn die reden, okay, dann brauchen wir auch ein bisschen zu schätzen. Aber die nichts reden, für was brauchen wir Deutsch dann? Okay, unsere Frauen brauchen, klar, die unser Geld kaputt machen und die jeden Tag, den ganzen Tag spazieren, jeden Laden besuchen. Aber wir können nichts dafür. Das müssen der denen sagen, nicht wir. Wir zu Hause kleine Mäuse, genau wie ihr. Bitte kommen mit denen, reden und sagen, dass die Deutsch lernen müssen. Und uns Männer in Ruhe lassen, wir genug Stress im Leben haben. Wir machen. Das ist's.